Yo, okay, willkommen zurück zu Super Mario Easy World oder wie auch immer, blablabla, keine Ahnung, ja, oh, diese Stelle, nein, 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 gut, okay, ich werde jetzt erstmal Slodon benutzen müssen, das wird uns von nerven zu sehr strapazieren. Und auch für die Schuhe zu, zu, bist du ein bisschen, hallo? Ähm, oh, fick dich! Ich, hier werde ich mich sowieso verzeifen. Alter, näh. Da, Steven, du! Oh, tut mir leid, Leute, dass ich jetzt diese Ultra-Slow-Done benutzen muss, aber fick dich ein bisschen, bitte. Schick dich! Komm mit! Ja, 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 ja. 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 Lecku mio. Lecku. 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 Alter. Lecku. Fick dich! Du Scheiß- Hurensohn. Ja, ja, Mario. Du hässliches Miststück. Du scheiß-dreckiges, fettes Rind. Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Okay, das ist jetzt leichter Bis jetzt Oh nein Achso, ja Okay Ich werde hier auch nochmal Slowdome benutzen Fick dich Nein, ich werde die keinem nutzen Das wäre sonst zu langweilig für euch Und ich werde nicht gut genug ausrissen Glaub ich Komm doch Rü Oh Oh Da 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 Nein Fick Dich Oh Okay Nein, oder Kommt das jetzt schon Oh, ich hoffe nicht Denn es gibt ein Level, da fehl ich total ab Nein, das ist das nächste Oh nein Aber das ist auch schon sowas ähnliches Ja, okay Da werde ich jetzt nicht so Geil gemacht Ich werde safe In so einem Scheißsprung Bist du dir sicher, dass man dich nicht Dingsen kann? Ähm Keine Ahnung Das werde ich mit Slowdome machen Ich werde das sicherlich nicht ohne Slowdome machen Okay, ich kann es ja Nein, ich werde es nicht versuchen Ich weiß gar nicht, ob ich gerade auf der richtigen Seite stehe Ob das jetzt relativ egal ist Bist du ein bisschen schwul im Gesicht? Ja, das könnte Ja, genau Okay Komm schon Bitte Mario Ach, fick Dich Du Hundesohn Du dreckiges Scheißkind Du Schamlippenreiter Komm schon Die Macht des Super Slowdones Nein, das kann Super Slowdome Jetzt ist Super Slowdome Okay 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 Tut mir leid, Leute Ich weiß, dass es ist Vielleicht ein bisschen schwul Aber naja, was soll ich machen? Wenn das nicht klappt, dann Dann kann 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 Ich ja nichts anderes tun Außer mich trifft der Eee Nein, tue ich noch nicht Oder? Okay Ähm Ähm Ach, nein Ah, ich weiß, was gleich noch kommt Oh Wer Fackte Fotzen Scheiß La 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 Nein Oh, fick Dich Hey, hat man jetzt Bist du schwul im Gesicht, du dreckiger Ey Guck dich doch Mario nur an, Mann Das ist aus wie fünf Vier Araber hat ein Bart in In der Fresse, ey Das kann ich echt nicht verstehen Luigi ist viel cooler Luigi wird das beim ersten Mal schaffen Luigi ist nämlich Ähm Äh, overpowered Also der wird einfach über die Mannschaft rüber gehen Ohne dass es ihm weh tut Weil er ist ultra Ey, jetzt schaffe ich diese schwule Kackstelle hier nicht Die eigentlich scheiße leicht ist Na Ja Oh, geht doch Ähm Ja Ah, der Keydrum kommt auch noch Keine Ahnung, ob ich das denn Dings schaffen werde Genial Fick Dich Oh Oh, Anfängerfehler So was kriege ich auch nur Ich Fick Dich Fick Dich Fick Dich Oh mein Gott, da war ein Voltjump Sprite Na, wenn ich ihn testen würde Würde ich den Hex Würde ich sowieso anders machen, glaub ich Und nicht den Double Äh Jeldump benutzen Oh mein Gott, jetzt schreibt der mich gerade an Ja Teil 2 ist schon fertig Ich bin gerade bei Teil 3 Genau der, der den Hack gemacht hat Ich hoffe, er fühlt sich angesprochen Jeder weiß, um, jeder weiß, glaub ich Ich hoffe, wenn er dieses Video sieht, wird er, äh Sich Oh, Fick Dich Doch, mal in den Arsch Steck diese Scheiß-Shellz in den Arsch, du hässliche, kleine, fette, dumme, behaarte Schwuchtel Nach Tomaten, Mozzarella riechen, das ist Stück Scheiße Oh mein Gott Lu 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 Ich hab den Timer gestellt, ich glaube schon, weil dann frag ich mich gerade warum es nicht aufhört. Ja, das war ein bisschen zu kacke. Fick Dich, Fick Dich, hat man dir die Fresse geschissen, du dreckiges Miststück, du hässliches Opfer, ja, bist du schwul im Gesicht? Oh Junge, wie behindert du bist, okay, jetzt der Timer, oh Fick Dich doch man, hör auf wenn man da rumzuwerft, Junge, man tu auf zu vibrieren da, ey, ich will das jetzt noch schaffen in diesem Video. Oh das hatte klappt. Okay, wird in diesem Video wieder und es ist lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo